Willkommen zurück bei Bioshock Remastered. Ich habe das Spiel jetzt gerade neu gestartet und leider werden alle Einstellungen komplett zurückgesetzt. Der Sound ist definitiv auch wieder laut. Ja. Muss ich kurz runterstellen. Den Hall können wir lassen. So, übernehmen, zurück, weiter. Die Mausschnelligkeit lasse ich jetzt mal auf Default in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht besser treffen kann. Und ich glaube, ja, das hilft dir auf jeden Fall. Die Maus war definitiv so schnell. So. Aber der Sound wirkt immer noch sehr laut. Deswegen drehen wir den auf nochmal eine Stufe niedriger. Ich hoffe, dass die Entwickler oder 2K Games oder wer auch immer. Oh. Was zur Hölle? Dass die Kollegen einen Patch releasen werden. Gebt mir euer Zeug. Okay. Planänderung. Ich habe auch keine Einstellung gefunden, diese Tagebücher automatisch abzuspielen. Aber ich könnte die Steuerung anpassen. So. Okay. Viele Einstellungen haben wir hier definitiv nicht. Steuerung ist langsam laufen. Also gibt es kein Sprinten. Erneut laden. Erneut laden und so weiter und so fort. Plasmid. Tagebuch ein. Ah. Okay. Es wird G angezeigt. Es ist aber T. Dann werde ich mir das einfach mal versuchen zu merken. Und dann werde ich die nämlich immer schön abspielen. Weil viel von der Story hängt auf jeden Fall in diesen Tagebüchern, die man finden kann. Oh Gott. Du bist in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Ich glaube nicht mehr allzu viel. Äh. Von dem Eve. Also mein Freund erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das hier plündern kann. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöbe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dosvidanje, was immer dir lieber ist. Dosvidanje, mein Freund. Ah. Wer kommt auch noch Besuch? Sehr gut. Kommt hier rein. Ich will aber warten. Okay. Dann auf zum Medical Pavillon. So, die Maus wird gefühlt gerade immer langsamer. Das ist nicht so toll. Machen wir auf 5. Und aus irgendeinem Grund will er immer den Controller haben. So, das ist besser. So, hier. Schauen wir mal. Kaufen wir gleich mal 2 Stück. So. Jetzt mit Tee. Ja. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß. Und so sehr an meinem Fall interessiert. So. Das Hacken war immer mit Rätseln verbunden. Platten aufdecken und Rohre tauschen. Okay. Dann machen wir das doch mal. Man hat nämlich auch immer nur eine gewisse Anzahl an Zeit. Bevor das losgeht. Ah, okay. Das ging so. Haben wir noch so eins. Haben wir noch einen quer. Ja, haben wir auch. Sollte nicht zu schwer sein. Abgeschlossen. Und man kriegt auch direkt wieder, ähm, die Meldung Hack erfolgreich und schon zwei Errungenschaften. So, der Kollege wird uns jetzt vermutlich helfen. Am Anfang verbraucht man leider noch ziemlich ordentlich von diesen Plasmiden. Deswegen kann das ein bisschen schwieriger sein. Da haben wir noch einen Verbandskasten. Den nutze ich doch gleich mal. Äh, mit Tee. Dann kann man nichts machen. Adam, Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir. Wenn du durch den Notzugang wählst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Wer hat das Sagen, das war's hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So einen Menschenfreund gehen, das bleibt mir leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob du überhaupt noch einen Menschen hättest. Jetzt hast du schlafen mit Hunde geweckt. Da kommen sie. So, da haben wir schon. Ähm. Okay, das war einfacher als gedacht. Ich hör aber noch Schritte. Hallöchen. Das ist mal ein Lippe. Okay. Ja. Ich bin mir dabei. Ich bin mir dabei. Na? Der Bot hat mich gerade blockiert. Ich wollte eigentlich zurücklaufen. Ah, ok. Es wirkt ein bisschen, wie soll ich sagen, lieblos Remastered. Also es ist mehr oder weniger, als würde man das alte Bioshock auf einem neuen Rechner spielen, aber es fühlt sich leider nicht wie eine neue Variante an. So, ich möchte das Tagebuch auch gleich abspielen. Danke. So, das hacken wir doch auch gleich mal. Na. Hacken. Oh. Das ist was größeres. Oh, shit. Das geht ziemlich schnell. Kurve nach oben, Kurve nach oben. Kurve nach oben. Kurve nach rechts. Brauchen wir nicht mal alle aufdecken. Hecht der Turret. Okay, ne. Ammer mehr. Okay. Wo ist sie hin, wo ist sie hin, wo ist sie hin. Hallöchen Ok Hier haben wir eine Medizinstation Die können wir auch hacken Aber ich habe sie schon benutzt Weil ich nicht mit gedacht habe Oh verdammt Machen wir nochmal eins Und da haben wir auch nochmal eins Ich werde auf jeden Fall ziemlich viele Medipacks brauchen Das sehe ich schon Na geh weg So Die kann man auch hacken Versuchen wir gleich mal Oh mein Gott Ich brauche eine Kurve Eine andere So eine Schlechte Idee Dann nach oben Dann Nach oben Dann Dann zur Seite Dann nochmal zur Seite Noch mal zur Seite Oh Das war schon ein bisschen knapper Aber nicht unmöglich Schrot Schrot Okay Den hacken wir nicht Ich habe so kein Geld mehr Was soll An 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 cut sehe ich auch noch nicht Nicht wirklich Sieht immer noch aus wie damals Die kann ich jetzt aber hacken So So Wir brauchen auf jeden Fall so Eins Zwei Nach oben passt Das brauchen wir Das brauchen wir Das brauchen wir Nach oben brauchen wir Und Oh Und Dann machen wir das so So Und So So Oh Okay Kostet trotzdem noch Geld Dann Ich kann dich hören Aber ich kann dich nicht sehen What Was Was zur Hölle Okay Wir gehen Ich habe keine Ahnung Ob sie das ist So Müssen wir hier durch Ich würde sagen Ja Mit M kann man auf die Karte schauen Dass man die auch mal gesehen hat Nach der Möglichkeiten Genetischer Veränderung Ist Schöner als Nicht länger ein Geschenk Und ein Rundstraum Sie ist eine Moralische Verpflichtung Zwingen wir Die Gesundheit Aesthetics Are moral imperative Warum haben wir zwei Augen Gibt es ein Gesetz Das uns dazu zwingt Zwei Augen Ich würde meine beiden Augen Gerne behalten Ich bin noch nicht fertig Ich bin nicht fertig Aaaaaaah Okay Ich brauche keine Spezialmültion Erstmal Okay Der Kollege wird versorgt Teleknese Teleknese Also es ist immer noch Wie früher Die reden weiter Obwohl sie schon tot am Boden liegen So Da ist Okay Das ist jetzt wahrscheinlich Backtracking Ich bin nicht sicher Ja Ja Oh da war die Knarre leer Ja Die sind definitiv Bisschen aktiver Nachladen schneller Oh da haben wir sogar die Maske runtergeballert So dann suchen wir Teleknese War das unten Ja Hier haben wir Tagebruch Eintrag Da kommen wir nicht durch Ohne Feuer Ja Da drücken wir uns auf jeden Fall nochmal Alkohol rein Das heißt Das heißt Irgendwo Hier In diesem Komplex Gibt es Feuerplasmide zu finden Gibt es auch Eis Gibt es auch Eis Gibt es auch Eis Gibt es auch Eis Ein seltsames Ragdoll Modell So das haben wir schon gehackt Aschenbecher Mülleimer Kiste Kann man nicht untersuchen Hier liegt ein Verbandskasten Den nehmen wir mal mit Gleich einen benutzen Da waren wir schon Diese Tür Geht nicht Krematorium Ok erstmal schön die Ammo verblasen Oh Kaffee So hier gibt es Kann man hoch springen Nein Hier dürfte es dann vermutlich Feuer geben Sicherheitskammer Ich kann diese Teufelsdinger überall um dich herumhören Diese Drimes Augen und Ohren Kann man auch hacken Falsche Richtung Dann brauchen wir hier diese Richtung Und diese Richtung Und abgeschlossen Ah ok man bekommt es also mehr oder weniger für alles Ein Assignment Finde ich ein bisschen schade So So Tschüss Wir sehen uns im Jenseits wieder Ah da haben wir es doch Ah ne Das waren die Erweiterungen Da gab es auch mehr als genug Hackers Delight Das heißt ich kann jetzt glaube ich schneller hacken Oder besser hacken Oder hab mehr Zeit Irgend sowas Ich sollte nicht allzu lange in diesem Öl stehen bleiben So Feuer Rein damit Bringen sie ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow Vorsicht Feuer breitet sich aus Sehr gerne Das probieren wir doch gleich mal aus Ich glaube das war nicht so clever hier alles in Brand zu stecken Alle Wege in Rapture führen zu Rhyme Sicherheitssystems Die Splicer Die Big Daddy's Die Little Sisters Erreichert die Luft hier mit Duftstockmann Die werden Pheromone genannt Dadurch haben sie alle nach seiner Pfeife So So okay Wir haben jetzt auf jeden Fall Feuer Mit Feuer können wir Jetzt nämlich Die ganzen zugefrorenen Türen aufmachen Ich will hier erstmal rumschauen Okay Haben wir alles Dann auf geht's Hallöchen Okay Da kann man jetzt auch per scrollen Die verschiedenen Plasmeter auswählen Erste Amtshandlung Ich will da rein So Der Wassereffekt Wenn man durch Wasser läuft Ist immer noch sehr geil Auf jeden Fall Das muss ich auf jeden Fall zugeben Wow Oh Hier ist sie Im Endeffekt ist es Sehr casual gemacht Also man kann einfach rein spammen Mit Ammo Funktioniert das Die ist leer Warum auch immer Aber ich möchte trotzdem Elektro So Dann haben wir wieder eine EF Spritze Sehr gut Ist da was drin Ja Immer her damit Immer her damit So Uh Irgendwo hier ist ein Code versteckt Oder steht Oder steht Zumindest irgendwo an der Wand Das weiß ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr Ob die Codes irgendwo auf Oh Schrot Ob die Codes irgendwo an der Wand standen Oder ob Muss man die hacken? Nein Nein muss man nicht Falscher Code Wahnsinn Ich habe Escape gedrückt Um es abzubrechen Du bist minderwertig Ein Nichts Danke für den Besuch Danke für den Besuch Ja das So das heißt der Code ist hier irgendwo zu finden Oh Dann trinken wir doch erstmal einen Oh Ups Hacken Ich weiß nicht warum ich mag das Hacken hier irgendwie Wahrscheinlich weil es noch nicht so schwer ist Wenn es dann später mal auf die höhere Stufe geht Dann mag ich es wahrscheinlich auch nicht mehr Nach oben Nach oben Haben wir noch mehr nach oben? Ja Mehr als genug Und nochmal eins nach oben Und fertig Zey Oh den hacken wir natürlich auch Die sind aber glaube ich nicht ganz so einfach Oh Muss man schnell sein Oh Oh da muss man richtig schnell sein Oh 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 Kurve Zur Seite Zur Seite Nach unten Haben wir uns einen kleinen Zeitbonus verschafft Nach unten Oh oh Und diese Kurve Uh Yeah Okay Auch den Safe haben wir 17 Dollar Da ist immer Geld drin Also die muss ich auf jeden Fall hacken So Wo ist die Kombo für diese Tür? Daran erinnere ich mich leider gar nicht mehr Steht das vielleicht hier drauf? Nein Nicht wirklich Services Und so weiter Schauen wir mal hier rein Wenn wir da rein dürfen Dürfen wir Das klingt hier eine Sicherheitskamera Was zur Hölle? Oh ok Wo ist die Kamera? Moment hier war doch jemand Security Expert Cool Ich höre die ganze Zeit die Kamera aber ich sehe keine Kamera Aber ich suche eigentlich Kann ich hier irgendwas machen? Schrankwundersuchen Ich suche immer noch den Code für die Tür Hier Ok Ein kleiner Schockmoment Aber nur ein kleiner Schockmoment So Wo ist der Code für die verdammte Tür? Den hätte ich gerne noch gefunden Oder vielleicht hier irgendwo an der Decke? Ok Ich höre die da auch nicht Hm Das ist natürlich schade Irgendwo auf dem Boden gemalt Vielleicht Ich sehe auch keinen Schatten oder ähnliches Das war bei Bioshock nämlich Trotz allem Immer wunderbar gemacht Man konnte immer Schön Rätsel lösen Steht da was drauf? Nein Ich erinnere mich leider überhaupt nicht mehr an Die meisten Sachen In loving memory of Winston Hoffner Ok der hat auch keine Nummer Ah Man muss nur die Augen aufmachen 0 4 5 1 0 4 5 Falsch rum 1 Fertig Meine Güte Hier haben wir ein paar schöne Sachen drin Mehr oder weniger schön Eve habe ich die jetzt bekommen Die haben wir hier noch Die brauchen wir nicht nachladen Äh So rum war es Und rein damit So Ja Ich habe euch schon gehört Eigentlich Aber Feuer Ja Und nachher Wo soll ein junges hübsches Mädchen weg los hin irgendwas schießt immer noch Aber Hallöchen Oh Das könnte interessant werden Au Irgendwie habe ich es geahnt Dass die genau auf mir landen wird So Ich brauche eine Eve Spritze am besten Was haben wir hier? Cure all Schauen wir erstmal hier rum Yes Jetzt Jetzt Oh Jetzt haben wir glaube ich so Oh Da hat keine Waffe in der Hand Jetzt Das ist meine favorisierte Waffe definitiv Nein Nein Falsche Leiche meine Liebe Ich habe dich schon gehört, gesehen, was auch immer Okay, ich glaube Ja, das war es Habe sie tatsächlich erwischt? Öh Öh Okay Die sind also definitiv alle auch geisteskrank Dental Sur- Nein Zum Zahnarzt wollte ich eigentlich nicht Dann geht's Hier hin Tee drücken nicht vergessen Tennenbom 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 Sie konnten nur an eins denken An blauer Augen Die Form der Strecke Hacken Tennenbom So, man muss nicht immer alle aufdecken Oh Eine Eve Spritze Sehr gut Von denen kann man nie genug haben Kann man hier rein? Ja, kann man auch Kartoffelchips Immer her damit Immer her mit allem So, dann spielen wir auch gleich ab Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23 Oh, okay die Oh, kann man die bedienen? Schaade Guter Fortschritt mit dem Telekinese Plasmid Hochheben von Objekten aus der Entfernung Kein Problem Objekte durch den Raum So, schon kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid Okay Das werde ich allerdings in der nächsten Folge aufheben Und hoffe ihr seid da auch wieder dabei Bis dahin, ciao